Hallo und herzlich willkommen beim Ötztal-Blog. Längenfeld. Für seine sportlichen Verdienste wurde kürzlich der Ötztaler Emanuel Scheiber vom Allgemeinen Sportverband Österreich, kurz ASVÖ, ausgezeichnet. Der mehrfache Staatsmeister im Bankdrücken ist seit 2007 Generalsekretär des Weltverbandes im Kraft-Dreikampf. Im vergangenen Jahr organisierte er im Ötztal die Weltmeisterschaften im Bankdrücken. Ötz. Für beste Unterhaltung bei den jüngsten Wintersportlern sorgt das wöchentliche Kindertheater in der Skiregion Hochötz. Jeden Mittwoch bringt das dynamische Duo im Kindergarten des Panorama-Restaurants den Nachwuchs zum Lachen. Ötztal. Gleich zwei Routen im Tal dürfen sich mit dem Prädikat Top-Premium-Wanderweg schmücken. Das Deutsche Wanderinstitut zeichnete die Wege Wasserläufer-Stülbenfall und jenen am Pipogersee mit dem begehrten Wandersiegel aus. Ziel des Institutes ist es, den Tourismus in diesem Bereich qualitativ zu unterstützen und zu fördern. Zum Jahreswechsel betätigen sich die Mitglieder der Musikkapelle Lengefeld wieder als musikalische Neujahrsbotschafter. Dabei ziehen die Musiker in kleinen Gruppen durch den gesamten Ort und bringen frohe Neujahrsgröße in Form von Musik. Aktuelle News und Neuigkeiten gibt es wie immer online unter www.etztalblog.com. Sölden TV Hier bist du der Star